Die einpickste Mannschaft, die noch nie hat. 640 Punkte pro Minute, Schepperfeuer. 3,22, 3,4 SN und 580 Punkte pro Minute durch. Aber diese Gameplays sind einfach unterhaltsam, weil er pusht schon... Wenn das Spiel geht, 60-15 zu Ende. Wirklich. Applaus an dieser Stelle. Du warst bis heute der unterhaltsamste Teilnehmer, Schepperfeuer. Ich glaube, ich äbte dich sogar. Lass mal zusammenspielen. Das scheint eine gute Kombination zu sein. Er hat auch live im Gamertag, was bedeuten kann, nicht muss, aber kann, dass er auch streamt Die einpickste Mannschaft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020